So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen und wir hauen uns natürlich gleich mal instant rein in die Allga. Okay, da sehe ich halt in dem Fall kein Ruhzeichen oder sonst was. Also irgendwo, wo ich sag, okay pass, ich bin dann dementsprechend top motiviert. Aber okay, Level 18 wird noch ein bisschen kritisch wachen, aber eher Ziele interessant. Interessant, interessant, ja dann würde ich einfach sagen. Ja, da schau, da haben wir eh schon Nummer 17, ich schau mir noch ganz kurz die anderen Sachen an. Ja, machen wir die 17, machen wir die 17 und tschüss, papalle. Let's go. Ja, ja, ich weiß nicht, du bist ja ein ganzer Wilder, ein ganzer Wilder bist, bist du etwa. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bist du ein kleiner Huhnhund oder? Ein ganzer Wilder, definitiv ein ganzer Wilder. So, ich würde mal sagen. Let's go. Ah, da kommen wir eh schon weg. Okay, mal gleich mal ein bisschen leveln. Passt, sehr gut. Alter, ich hoffe, das war gut ein Streifer. Wie? Gönne ich mal gleich, die, gönne ich mal gleich. Okay, mal, machen wir auf entspannt einmal so eine gescheite Teleportation. Zeig mal her, was du so alles kannst. Wie wäre es denn damit? Gut. Ist gleich der nächste Anklare, hier ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Äh, typischer gleicher Move. Aber irgendwer will schon wieder herumschießen. Oh, das taugt mir. Das taugt mir. Warte, warte, warte. Bleib unten, bleib unten, schießen wir. Äh, da macht schon auf 31er der Wichser. Ist eh noch der Bomenschütz. Da scheiße, okay. Das Problem ist halt einfach wieder unseren scheiß Hundsmagier. Der teleportiert sich sonst wieder. Ich hätte mir doch gehabt, das geht's ja aus. Ich hätte mir doch gehabt, das geht's ja aus. Fick' ihm. Ich fick' ihm. Ich fick' ihm. Definitiv. So, ein bisschen mit dem Stabler und Tschüss, Baba. Da sind sowieso gleich alle gefickt. Haha, ich sag's ja, da sind keine Rolle gefickt. Wie ist der Eppertspieler? Oh, in der Fallspitze, aber ich kann's aber ordentlich scheißen gehen. Oh, Zeitbonus. Mhm, ich glaube, ich sollte mich mal um den Zeitbonus da kümmern. Ha, wie ist denn da mit? Anstatt da herumzukämpfen. Wie eh und je. Es geht, das geht sich aus. Den müssen wir schon hinkriegen. Gebitter, der ist ja nur. Oh, der ist genau ein gleiches Level wie wir. Gebitter, ich muss mal schauen, ich muss mal schauen. So ist ja nicht so erschossen. Nein, ich bin schon so dermaßen gespannt auf das DLC. Also, ich hab sogar schon, muss ich mal ganz kurz zeigen, wo war das bei den Ressourcen? Flüche! Hab ich gesehen gehabt. Also, irgendwas im DLC wird's da hier irgendwas geben mit Flüchen. Und da bin ich extrem gespannt. Da bin ich so dermaßen gespannt. Ich hoffe halt wirklich, dass sie das ein bisschen besser ausgearbeitet haben. Dass halt, oh, nein, ich hab überdruckt. Das steht jetzt nur irgendwo oben. Aber normalerweise wird das ja gar nicht gehen bei dem Spiel. Und ich bin halt auch einfach allgemein gespannt, ob es da jetzt auch neue Waffen gibt, etc. Ich würde einfach, ich verlang halt, wenn du schon zu 20er zahlst, dann müssen es Minimum wenigstens so zwei neue Waffen da schon einig. Aber da bin ich aber noch großzügig bei den 20 Waffen. Meiner Meinung nach. Da bin ich auch wirklich noch sehr, sehr großzügig. Weil das sollte meiner Meinung nach so ein bisschen das Minimum sein. Wenn du schon ein DLC raus hast mit deinen neuen Bereichen und alles. Aber ich finde es halt trotzdem, wie gesagt, noch immer schade, dass du es halt nicht auslösen kannst. Jetzt schon. Ohne, dass du jetzt unbedingt so weit gespielt hast, obwohl du eigentlich schon dafür gezahlt hast. Aber ich habe es schon genug erwähnt. Ich habe das schon so oft erwähnt gehabt. Scheiß drauf. Das war aber kein Rotter-Move-Geschissener. Ja, also meine Schatten-Doppelgänger sind eher mehr so vielerfolgenmäßig. Sie sind da, aber machen nichts. Passt. Habt ihr, sie sind anwesend? Ganz, ganz wichtig. Das ist halt wahrwesend. Ich wollte es gerade sagen, dass das ist halt wahr. Ach sooo, okay, 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 okay. Okay, jawohl. Wenn ich jetzt zerstören, dann halte ich gleich drauf. Mir ist wurscht. Also, ich habe doch mehrere Stationen. Ja, ist okay. Okay, also, das ist ein Bonus, wenn wir mal definitiv nicht hinkriegen. Alter, du scheiß Wichser. Ich habe sogar viele Einsätze drauf gehabt. Na komm her, Burle. Na komm her da. Und gleich hinter uns auch noch einer. Ah, der, der klappt, der schießt, der, oder? Der macht gleich einen Fakkei, oder? November. Wie war das? Sehr schön. Sehr schön. Hey, kleiner Azzwickter. Guck ja eh, oder? Guck ja eh, der schießt, der nach. Ah, da ist schon wieder einer hinter uns. Ja, wäre vielleicht gar nicht mit uns wieder, ha? Wenn du vielleicht aktivieren würdest. Du, fuiterot, du. Ich bin schon da, bin schon da, wenn du dich in den Bohnen legst. Ich habe immer Gleit darauf. Es ist recht auf die Leute, die wir in den Bohnen legen. Na komm, na komm. Oh, sexy. Mhm, bitch. So, da. Ja, okay, und tschüss. Versteckt sich schon wieder einer. Das gibt es ja nicht. Weißt du was? Tschüss. Tschüss. Ich wollte es gerade sagen, oder? Das kleine Stickel wollte es mir nicht schenken. Geschessen. Aber jetzt, aber jetzt. Oh, sogar Kister. Das finde ich aber nicht schlecht. Das finde ich wirklich nicht schlecht. Ja, das ist, ja, das ist halt irgendwas. Das ist halt einfach irgendwas. Aber ist okay. Ist okay. Im Endeffekt kann uns der ganze Loot sowieso scheißegal. Also, und Hauptsache, es gibt irgendwann einmal was stärkeres. Weil ab 50 sollte mich vielleicht einmal das interessieren. Aber noch vielleicht. Oh, der hat mich aber gut erwischt jetzt gerade von der Seite. Bist du? Papp. Warte, da liegt der schon. Und? Und? Ja, geht sich ja alles aus. Geht sich ja alles aus. Sehr gut. Und sie sind beide. Und wie oder wie haben sie mich aber schon, gell? So, das ist... Oida. Der hat hingehaut, oida, und plötzlich was rot. Geh, scheißen, oida. Oida. Fick dich. Der könnte so locker flog. Geh, geh jetzt weiter. Aber nein, der muss extra... Er muss extra ziviler hinlegen, oida, der Gschiessene. So, das soll ich da warten, oida, was soll ich da machen? Jetzt war ich da eh schon. Und plötzlich wüsst mir zeigen. Plötzlich wüsst mir zeigen, dass ich doch da entlang muss. Oida. Bin ich deppert, oida? Steht sich der Scheißdreck nur so deppert, oida. Gibt's ja neid. Hat mit Wut und Wut und Wut hin. Ah, dafür bin ich wenigstens gleich voll den Einzelnen. Also vielleicht auch die Emission. Ja, ja, könnte ich noch ausgehen. So gehörst recht nach dem Toten. Mhm. Jungs und Mädels, wer will als erstes? Oh, yes. Schade. Schade, dass der eine nicht nix mit mir ergangen ist. Das war ja doch ein kleines Outzwickter. War ja doch ein Outzwickter. Geht's ja aus, geht's ja alles aus. Und tschüss. Da, nehmen wir gleich Banner auch noch, damit es so richtig schön wird. Damit es so richtig reingefetzt. Aber wie er noch dagegen haben wollte, der Geschissene. Aber wie? Aber wie? Oh, oida. Wie der ist nicht herangefallen, der Geschissene? Wieso ist der nicht herangefallen? Der macht schon ein Dr. Strange, oder? Bist du da, der macht schon Konkurrenz. Da ist aber eigentlich relativ schon viel zum tun, bis Deppert bin eigentlich ein bisschen überrascht. Dass ich so viel zum tun habe, bis ich zum Gegner überhaupt komme. Nein, ist eh was gewesen. Den einen Hauptgegner werde ich wahrscheinlich erst dann erreichen. Wenn ich ihn vielleicht entweder in das dritte Totem besiegt habe. Besiegt er sich zwar jetzt irgendwie unbehindert, aber... Bist du, was ich meine? Oh, schon wieder was Blaues. Mhm. Aber wie 100.000 Hexer da hergekommen. Na ganz toll. Dann machen wir mal so einen Wechsler. Jetzt wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Double-Prenetation. Scheiss, Wichser war das knapp. Bist du, Deppert, Bist du, Deppert, das war knapp. Leg mich aber weiss. Oh, schmeckt. Boah, kommt schon was zusammen. Da kommt schon was zusammen. Nicht schlecht. Aber praktisch. Bist gleich, wenigstens gleich mit zwei Level gestiegen und alles drum und dran. Bin ich nicht schlecht. Bin wirklich nicht schlecht. Na warte. Ah, oh doch. Eins, zwei und drei. Haha. Ich würde jetzt eigentlich gerne die Spezialfähigkeit aktivieren von ihm. Aber ich weiß nicht, wann der Spezialgegner kommt. Der Miniboss. Ich weiß noch nicht. Ich hätte das so vorausgenutzt normalerweise. Ich hätte so vorausgenutzt. Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, ob da nicht der, der nächste Anker gestartet hat. Wieso hat es denn jetzt nicht den anderen mitnehmen können? Wieso? Das ist ja hinpasst. Jetzt kommt ja auch noch dazu oder was von da werden. Okay, schweif dich. Wie bitte? Ein Schaden? Ähm, wie bitte? Wie bitte? Was? Die mache ich gleich zusätzlich mal. Ich meine, nur wegen der Punkte halber. Nur damit wir sagen können, okay, passt. Ich habe die Punkte. Oh, das wäre es jetzt so dermaßen geil gewesen, Alter. Das wäre es so dermaßen geil gewesen, wenn der jetzt wieder beides voll gehabt hätte. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, alle wäre ja gut. Instant. Grinst der Kür mäßig und tschüss, Bobaue. Schmeckt. Schmeckt. Wo ist denn der Kleine? Der Kleine? Der Kleine ist wenigstens hiebaut. Oh, da habe ich etwas zum Einsammeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur wenn der Kleine Pisser sich da die ganze Zeit teleportiert, dann ist ja klar, dass ich nichts gesteppert, oder? Ist man schlecht, oder bewegt sich die Kamera so geschießen? Oder blöd, ist das so schief, oder? Das wird wahrscheinlich aber die Treppe gewesen sein. Ich hoffe, ich mal an. Oder? Ich habe gleich geschlecht worden, oder gesteppert. Das kannst du mir nicht auch tun. Leider nur ein paar Punkte, aber na gut, das ist ja alles. Ich meine etwas. Haben es vielleicht ein paar Missionen länger gemacht. Guckt mir das vielleicht jetzt oder nur so mal so vor. Aber so ist er neben gewesen, oder so gerade, wenn es um so einen gewissen Champion, oder sonst was geht. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es immer so lange gedauert hat, bis wir endlich wirklich zu einem gekommen sind. Wow. Wow. Das Blaue hätte ich abwählen können. Aber wir wüssten das wieder vorauswissen. Das ist wieder urschnell, oder? Der Geschissene. Oh, guter Punkt. Guter Punkt. Guter Punkt. Aber weißt du was? Werde ich gleich ausnutzen, Schattendoppelgänger. Muss ich gleich ausnutzen. Geht so noch aus, geht so noch aus. Pass. Ja, sehr gut. Schattendoppelgänger weg. Na, er ist rot, er ist rot. Aufpassen. Er ist nur im roten Bereich gewesen. Scheiße drauf. Der kann aber auch nichts geschafft treffen. Habe ich so das Gefühl. Okay, jetzt ist eh klar, dass er mich untergibt. Jetzt ist eh klar. Aber da fuhr, Alter. Nur da rein, Alter. Wo war mein Hund? Oh, nein. Gleich der Arm ab, Alter. Das wär's. Oh, ho, 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 ho. Ja, hoppala. Da ist ja, glaube ich, etwas von hinten gekommen. Besser als wieder Captain America. Oh, yes. Ah, klein Stückl. Ah, das wäre aber babamäßig gewesen, wenn wir gleich auf 20 aufkommen. Ja, vorher, bei der nächsten Mission, ich werde mir die mit 20 noch eine zahlen. Also mit 18, da sind wir sicher auf 20. Und die Erzsiegel haben wir, das ist super. Das ist wirklich gut. Erzsiegel haben wir, da können wir schon wieder die Next Mission angehen, die ist das jenes. Und wir haben wenigstens wieder alles freigeschalten. Aber, definitiv, haben wir was, haben wir nix, haben wir was besseres. Wenn ich da nicht einmal irgendwas Violettes sehe, dann interessiert es mir sowieso mal nicht irgendwie gefühlt, passt. Nur, dass wir das einmal ein bisschen geklärt haben. Stangenwaffe, da könnte man schauen gehen. Stangenwaffe könnte man schauen gehen. Doppelklinge, Doppelklinge. Großschwert, Großschwert, auf der Scheiße. Doppelklinge, ja, na schau. Erklär mal ein stärkere Stangenwaffe, dann passt es schon. Jetzt doch sicher. Oder ob nichts besseres geben. Okay, passt überhaupt nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Hebe ich mir dann dennoch lieber auf. Hebe ich mir dann doch lieber auf. Oder über 56. Voller Fehler, aber komplett. Wieso zeigt man dir das auch, Alter. Richtiger, schöner Fail jetzt gerade gewesen. Bis da jemand. Ah, das sind ja die Klaassen. Das sind ja die definitiv Klaassen. Erst recht, weil es dann legendär auch noch ist. Da hätten wir dann wieder schon drüber reden können. Eh klar. Eh klar. Aber Bestärkungen. Also da haben wir noch. Da haben wir erst zwei, gerne. Aber dafür kann ich trotzdem vielleicht austauschen. Großschwert, Schaden. Großschwert, Schaden haben wir sowieso nicht. Stangenwaffen, Schaden. Ja, darüber können wir reden. Darüber, also. Ob er sowieso in Verwendung passt. Schade, schade, schade lieber als X. Passt. Ja, schaut dann eigentlich relativ gut aus. Aber dadurch, dass wir sowieso nichts weiteres dabei nehmen können, ist eh wurscht. Aber Fertigkeit. Okay, alle Werte haben wir eh schon. Da würde ich dann definitiv auf die Macht gehen. Aber machen wir mal eins. Machen wir mal eins. Für alle Fälle. Lande mehr Wappentreppe in kurzer Zeit. Raserei, Ladegeschwindigkeit. Absaugung interessiert mich halt überhaupt nicht. Widerstand, Geist, Banner. Fühlt eine Parade oder einen Block aus, um den Schild aufzuladen. Also, ja, ja, ja. Okay, Schildangriffe sowieso ein bisschen zu upzugraden, ist sicher nicht schlecht. Aber wenn ich dann jedes Mal auf jeden Scheißdruck warten muss, das ist halt das Problem. Ich würde mal eher in die Richtung Schildperation gehen. Ich würde mal in die Richtung gehen. Ich würde das wirklich gern wissen, wie das so ist.